Ich bin gerade dabei Brooklyn Nine-Nine zu schauen. Sehr, sehr wilde Serie, wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich gucke sie auf originalsprache, also auf englisch auch, ist wirklich sehr geil. Perfekt, sagst du. Danke dir. Bitte hol dir den neuen Controller. Na gucken. Hossa, dieser King Phil, D-Rock und Vailer. Hallo. Was ist das denn? Hä? Bei mir war gerade ein Nuke-Event. Was sie? Nein, ich hasse es. Ich liebe es. Hier ist niemand gelandet. Echt es bei mir irgendwie? Nein. Nee. Wir können es auch einfach beantworten. Hm. Performance-Mode gibt mir auch nochmal so 5 FPS mehr. Ah, nice to know. Ihr seht alles, ne Chat? Ja. Na Chat? Ihr seht alles. Oder Chat? Oder Chat? Das macht Phil gar nicht mehr, weil ich mich sonst immer wieder über ihn lustig machen würde, glaube ich. Ich bin der Schiff in meiner Welt, Mann, verdammte Scheiße. Kann man? Chris redet einfach gar nicht mehr mit deinem Chat. Hey. Oh, das müsste man eigentlich mal machen. Nein, nein, nein. Keine Sorge. Ey, ich wollte den Joke belohnen. Einfach wirklich, also, aber ohne was zu sagen. Wir reden einfach so mit, ich rede mit deinem Chat. Ja, aber Phil machen wir das, Digga. Ja, wirklich. Alter. Das dürfen wir nie wieder sagen jetzt. Ja, ja. Das dürfen wir nie wieder sagen. Das finde ich ne geile Idee. Nein, ich hab's auf die, ich hab's auf die Klimaanlage geschmissen. Nein. Man kann trotzdem dran. Hä? Auf die Klimaanlage? Ja. Ja. Nein, ich, ich, aufs Prinzip will ich das jetzt von unten holen. Geh ne, ich hab's so perfekt geschmissen. Nein, nein, warte, ich hab's so perfekt getroffen. Nee, ich flieg den. Also, ich bin jetzt einfach hoch geflogen übrigens, ging jetzt ein bisschen schneller. Ich hab meine... Einfach King Shit. Ich wusste nicht. Ich flieg den vor. Den Klass vergessen. Kriegst du das jetzt hin, D-Rock? Ach, scheiß drauf. Nein, das geht nicht. Ach, scheiß auf. Ja, natürlich. Ich guck mal ganz kurz hier ein bisschen durch die Gegend. Auf der Shisha. Oh, ich werde angeschossen von Factory. Und unter mir fährt ein Auto. Hast du schon eine Beidebahn, D-Rock? Gerade. Ja, echt? Nein, ich rauch, so viel Pfeife rauch ich auch nicht. Ich rauch eigentlich schon so zum Abend. Digga, jede Nacht hat er sich drei Pfeifern gemacht. Es ist so gelogen. Sogar mein Mod, sogar mein Mod und der raucht viel Pfeife. Sogar der sagt, dass du viel Pfeife rauchst. Der, Fill war mit mir nicht. Der wurde einfach gerade so gefickt, Alter. Der Fill war mit mir nicht. Ey, D-Rock, 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 D-Rock. Wichtig, wichtig und richtig. Bitte drop mir Platten. Es war so... Es riecht dich auch so gewöhnt. Bitte. Danke. H5, Mashallah. Slayer. Ähm. Becken wir, ne? Denkt ihr das geht gut, Chat, oder geht nicht gut? Oder Chat? Alter, also bei dem ist auf jeden Fall gar nichts mehr gut. Alter, bei ihm ist alles kaputt. Geht schief Ich jag gerade ein Auto die ganze Zeit Oh, ich bin tot Was? Erz-Pulstern, bitte Phil, Rayla Du bist so geil Gott, ich komme wieder zurück Phil hat übrigens gar nichts gemacht Ich habe wirklich gar nichts gemacht, aber ich habe dir auch ein bisschen abgelenkt, weißt du? Tump' ein, Totenstille Ah, BK Von oben, oder? Irgendwo in die Richtung, ja Erste Zone Ah, jetzt liegen, glaube ich Ja, ganz hinten, ganz hinten Live-Marker So ein Ohrschloch Ohrschloch So ein Ohrschkurzel Von wo, von wo, von wo Oh, Pizzi, Pizzi Flieger, Flieger, Flieger Er ist hinter der Mauer, hier Aber ich glaube, schon riskant angefasst, weh? Er ist von mir Einer rechts von mir Hier unten ist noch, hier unten ist noch Und in der Ecke, ja, Zeit Einer muss noch sein, einer müssen noch sein Von Richtung, wo Drop liegen kann Shop also Ja, ja, erklärt er dir drüber Das ist hier, Mech Einer muss noch ganz klar sein Nein, oh mein Gott Ich hab ne Klatsche bekommen Was, mit Heli? Wir waren in Heli, wir müssen durchziehen Erste Zone Ich brauch Platten, hat jemand Platten? Ja, ich hab viele Platten Oh mein Gott Hier unten ist ne Platteliste, nehm die mal mit Ich hab so ne Klatsche bekommen Er ist Level 144 Und der spielt Der spielt mit Barrett Axial Arms Also passt auf Der hat kein Glint Der hat kein Glint Phil fliegt durch Ich hab noch ein Trophy kurz rein Auwa, auwa Ja, ja, M82 war das Ähm Daluigi, danke dir für die 100 Bits Und Hasula Haut wieder seinen, keine Ahnung Mai Bonus oder sowas Auf den Tisch Ich versteh's nicht Auf den Tisch Auf den Tisch Hasula Danke für 10 Gifted Zaps Ich küsste dein Herz Der Hammer Wirklich Also Stunts gehören wirklich So mal überhaupt nicht Überhaupt nicht Ein Gulag Danke auf jeden Fall Für den dicken fetten Support Hasula Aber ich Mich sauer langsam Aber Kuss, Kuss, Kuss Seid ihr weg eigentlich von dem? Ja Okay, weil ich würde da jetzt gerne Nochmal hin und meinen Zaff holen Äh, der ist halt noch Irgendwo auf Ronschen Makel gewesen Oh, ja, good to know Äh, ich bin tot Ich dachte, ihr habt den Sie sind reingedroppt grad Äh, nehmen wir mal das Baudi schnell noch Naja, unterwegs Wollt ihr mich abholen? Äh, ja, ich hole Ich gehe dir dann Äh, zu dem Einzelner Wo ist der gedroppt? Äh, Orange Kommt schon, naja Wait, ich muss ganz schön Am Shop meine Waffen holen Dann steige ich's fort ein Nein, ich glaube Nein, er ist ja da Bro Er sitzt da immer noch Mit seiner scheiß Barrette Axial Arms Ach, Digga Man darf Digga, das sollte man nicht drauf machen können Da, dass du keinen Glint hast Er ist oben, oder? Er gibt ja gute Schaut Es ist ein Full-Team Er ist ins Haus ran Oh, das ist ne Leiche Was war das denn? Hey, Chris, die kann ich wieder kaufen Äh, Digga, als ob da einfach ein ganzes Team dann wieder war Da fliegt wieder weg, fliegt wieder weg, direkt aus 13k Hast du den Heli geschrottet? Nein, nein, die haben den geschrottet Oh Auf jeden Fall müssen wir die Schönen, Digga Das ist ganz, ganz Abfuck gewesen Wie der mich mit Barrette Axial Arms die ganze Zeit Ja, nimm das Auto, nimm das Auto Ja, ich mein, Chris, dann lass du, lass du Diro kommen, oder? Nee, 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 komm zu euch Oh nein, also Diro kommt weg, Diro kommt weg Nimm ich nicht Ich bin nur, nimm am Stadium Und die werden auch safe snipen Hm, snipen ist halt wirklich einfach zu strong, ne, aktuell Man kommt nicht mehr unter das Stadium, oder? Nee Wo weiß ich nicht Nicht, dass ich wusste Ich brauch Platten und ich würde eine Drohne kaufen Ja, warte hier Nein, ich hab meine Drohne wieder Öh, das sind vier Leute bei dir Vier Leute Vier Leute Vier Leute Ich schau dir auch grad so beim Sterben zu, ne? Lass mal rüber zu ihm, oder? Niemand stirbt Nix, 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 niemand tut was Wir müssen eh zum Job, oder? Lass die mal abfragen, wir müssen eh zum Job Hier hoch, dann haben wir gute Pose Ja Hier kommt noch ein Team rein, oder? Gute Pose, gute Pose, Film Die sind auf der Bridge, ne? Pass auf Ah, die sind auf der Rücke, ne? Geh, fahr zum Loadout, fahr zum Loadout Ich fahr zum Loadout, ich fahr zum Loadout Ich fahr zum Loadout, ja Da unten, ein bisschen anrufen Yes Hat er noch, glaub ich Nee, noch einer Nein, bitte nicht finishen Ja Direkt anfassen, 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 anfassen Anfassen Ja, warte Ja, ja, ja Ich hab auch nicht gedacht, dass wenn ich da runterspringe, dass man mich direkt sieht Das waren die aber, oder? Ja, das waren die, glaub ich Nein, nein, das waren die nicht War die nicht? Okay, ja Also der hat auch eine ganz komische Klasse gespielt, sehe ich gerade MP5 mit Holovisier MP5 mit Holovisier Die waren gerade 30.000, by the way Äh Drop mal was Und Paddy-Murikan Ich hab jetzt einfach wieder K und Ding raus Von der Brücke Kann einer das Auto mitnehmen? Ja, wir sind unterwegs Vielleicht nimmt das Auto mit Hey, der ist um, der ist um, ja Oh, Stuns Komm, ich schmeiß die andere auch direkt weg Gutes Stun Also Die sind genau beim Stop, bei Green, ne? Einer ist auf dem Dach, hab ich schon gesehen Ich schoss hier gerade ein bisschen weiter rechts von euch Mit Auto Oh, da komm ich nicht drüber Ja, aber ich glaube, hier aufhört, da keiner wohnt am 11 Ja Einerog hier Einerog hier Ich komm nie wieder zu Dirog Zur Rettung Oh, mach doch Mhm Er hat ein Revived Hast du ein Kehl bekommen? Ne, natürlich nicht Was mit der Sohn? Müssen wir Revived? Äh, ne Äh, nicht durch Wald, ne Digga Wo geht, ne? Wo geht, ne? Wo geht, ne? Wo geht, ne? Toll, warum geh ich jetzt hier hoch? Toll, warum geh ich jetzt hier hoch? Ne Um ist nach Blut von einem Toll, warum geh ich jetzt hier hoch? Oh Gott, ach du heilige Scheiße Digga Wie, wie Wähler auch immer ihre Stimme versteht Mhm Ich hab in meinem Leben noch schon zu viel Geld verdient Es ist zu, es ist zu gut einfach Es ist, lass mal das so Ich lecke Dafür nehm ich Wähler nicht mit Chris, hör mich Nein, bitte Will dich auch nicht machen Was war's noch mit Frühstück ans Bett? Scheiß drauf Alter, als wär ich so ein Sklave oder so hinten her gezogen Links waren noch welche, ne? Im Stadion Wollen wir die abfangen? Ganzes Team bei Phil Okay Wer snipe da hinten? Achso, die sind links Kann ich stopp? So ein Lügner, da ist gar keiner Oh! Instant tot So ein Lügner Nein Ich werde hier beschossen So ein Lügner da Nein, damit hätte ich von links gesnipet Von Stadion Oh Gott, geh mit drüber Moment, Notmesser hier Da ist noch einer bei euch, ne? Wo? Oh mein Gott Achtung Ich glaub der ist links durchgezogen Da wo du bist hier rechts irgendwie Äh, Stadium snipen welche Habt ihr noch Platten, oder? Ja Nein, äh, ich hab Platten, ja Ich hab auch Platten Der wird dir irgendwo noch gammeln, alter Der holt uns jetzt alle mit der Straßentäger Ich bin der Bodenstraßentäger Ich bin der Bodenstraßentäger Ich bin der Bodenstraßentäger Ich werde hier holt uns jetzt alle vier mit fünf Kugeln Ey hier ist einer direkt vor uns Von die Vorstellung Was heißt direkt vor uns? Okay, da Ey, nein, ich treffe einfach nicht, ich bin so schlecht Effektiver Schuss Effektiver Schuss Das ist so dumm Die log wo? Die log wo? Ich weiß nicht, mein Auto eben bist da irgendwo hingezogen Und auf einmal schießt der da Mhm, ohne Auto eben wirst du auch nichts treffen Und der sitzt ganz stark an der Corner Er ist auf mich, hab ihn Der war ein bisschen geisteskrank Und Stadium halt noch welche, ne? Wella, was versuchst du da? Ja, die da oben zu Ich hätte einen Prezi, wenn ihr einen lockt Ich steppe einen Aufzug hoch, oder? Meint ihr Aufzug safe? Ja, mach Prezi und dann aufzug Ja, denkst du auch Na, na, zieh dich außen hoch Mach ein Prezi drauf und zieh dich außen hoch Ja Ich bin dann, ich bin dann vom Stock bei unten Ja Aber Dirok zieht sich gerade innen hoch Okay, tot Aufzug war safe, ne, Aufzug ist safe Okay, dann komm ich auch Unten liegt noch einen Plattensack direkt an diesen Glastür Warte, ich kann ja keinen Prezi hin holen Nein, ich bin runtergefallen Ja, keiner weiß Ich hab's nicht alleine Jetzt setzt du dich mit vier Männern alleine Ah, perfekt Das hat's ja gar nicht gelohnt jetzt gerade, dieser ganze Aufwand Nein, ich hab's so überrieben Ey, wir haben's wirklich zu gut gespielt eigentlich Ah, der landet hier oben Die snipen vom Stadium, ne? Wen landen, wen, wen, wen Er hat keiner oben, Wähler Stadium muss move'n Er ist unten ran, er ist unten ran irgendwo Weißt du, wo Stadium geschossen hat? Wo genau? Der ist von irgendwo runter gesprungen Ey, er snipet auf mich Von wo denn? Direkt beim Shop Achso Markierung der Zielposition Ist wieder nichts Oh, ich hab angesteigt von Er ist oben auf dem Dach Er ist oben auf dem Dach Aber Ich bin tot Haben überlebt Er stütet 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 Er ist runter gesprungen Es ist nicht derselbe Es ist nicht derselbe Also okay Ich glaube auch, dass ich irgendwo von hinten dann geschossen werde Oder so Ich weiß nicht kommt der hier noch raus Kommt der hier noch raus? Ich hab kein Self heute Das sollte ich Hier ist einer noch drin ne? Er ist Er ist der dazu Wir haben den auch kurz Irgendwann Schill Break Oh, hab ihn Nice Nice, geiler Typ Chat, stell ich mal mal vor Der Erschuss in der Luft hätte getroffen Wo sind die von Stadium? frage ich mich die ganze Zeit Chat, stell dir mal vor, Chris wird euch vorlesen Man will ja nicht übertreiben, da ist der Snipe realistischer, glaub ich. Das ist der Snipe realistischer. Einer ist hier auf Blue, der springt hier runter. Ich dachte, ich kündige es mal an. Kündige es mal an, er springt. Die snipen von Prison die ganze Zeit. Halt's im Maul bitte nicht. Als ob ich hier irgendjemand von Prison sei. Ich seh die, also bis dahin rennert mein Game nicht mehr. Ich seh die ganze Zeit Shots von da. Die haben auf die hier ein... Hier, ein Port geschossen. Port plus eins. Im Truck ist noch einer. Ich cross rüber, Chris, wenn du möchtest. Hier ist close von mir. Ich hab keinen Bock gehabt. Ey, verlassen nicht möglich. Seine Stimme hat sich so überschlagen, der Arme. Nein, bin tot. Nein, ich hab einen Millimeter daneben geschossen. Er war genau hier an dem roten Kanister. Äh, Kanister, Container. Ja, wir müssen Kanister. Nein. Nein, überfahr mich nicht. Lass mich in Ruhe. Er ist hier am Truck gewesen. Hast du ausgeschrieben, oder? Genau hier. Ja, ist der. Ey, nächster am Truck, am Kanister. Cool. Jordi El Nino, ich hab meinen Idol getötet. Oh mein Gott. Da ist noch einer, ne? Wähler. Ja, ich hab an dem zweimal daneben geschossen, obwohl es wirklich ein easy kill war eigentlich. Keine gute Runde. Einfach so ein riesen Prügel-Shot. Hier. Nein, was machen wir da? Ach, egal. Das kann wirklich nicht sein. Aber ich gönn dir. Danke. Ach, Schmutz. Ach, ich gönn dir. Ich gönn dir. Ich gönn dir. Von wo? Hab den, hab den. Alles gut. Waila hat Kuss. Waila hat Kuss. Waila hat Kuss. Waila hat Kuss. Muss ich kurz halten. Waila hat Kuss. Ich hab noch nen Prezi fast irgendwo. Hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Ah, es ist in der Ecke. Bitte, 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 bitte. Ich war Stunt. Alpha. Ja, ja, die snipen von Prison. Es ist kein Scheitsitz. Kein Scheitsitz. Ich hab auch grad ein Bulett gesehen. Mein Bulett einfach. Ich hab ein Bulett gesehen. Ja, ja. Okay, der kriegt jetzt den Snap. Stunt. Auch gut. Er ist halt müh. Ja. Ich hab ein Bulett gesehen. Er ist halt müh. Ich hab ja auch schon gesagt. Ich brauch nen Emote so langsam. Ey. Es ist nichts kaputt. Shitbreak. Der oben rechts. Shitbreak. Ich krieg immer noch so vereinstellte Kindesentwick. So ne Scheisse. Gutes Stunt. Krass ist dann. Chat. Ja, aber warum wirst du denn die ganze Zeit stunnen? Na, komm jetzt mal. Hör doch auf. Mein Dad kommt grad in mein Chat und fragt, was aus seiner groß gewordenen Stammzelle geworden ist. Samenzelle. Ah, okay. Was? Ich wollte es nochmal kurz angewirkt haben. Oh nein. Hallo? Okay. Kommst du mit? Steil aus. Hallo Papa. Hallo Papa. Hallo Papa. Bitte benimm dich. Moin Samenzelle. Wie geht's dir? Das bleibt wieder oben. Jetzt ist das mal ne großgewordene Samenzelle geworden. Stammzell. Ihr habt keinen Chef, ne? Wähler und Griff. Ne. Äh. Richtig erkannt, Dirok. Danke mal, dass du es gesagt hast. Ja, jetzt gehen wir zum Shop und dann holen wir uns das. Ja. Dirok immer aufmerksam. Mhm. Mann der Stunde. Ihh. Äh. Ähm. So gequiekt. Äh. Arschbohrer. Yeah. Jeder bekommt nen Arschbohrer. Der Shop ist hier rechts übrigens, ja. Wo ist der Shop? Soll ich den Loadout holen? Haben wir alle Geist? Äh. Ich hab eh dann, ne. Also ich will nicht. Nein, hol keinen. Die schießen schon, die schießen schon, die schießen schon. Von hier. Ey, unter uns, unter uns und hinter uns. Einer kriegt die Schelle kurz, ganz kurz, ganz kurz. Nein, der hat Sheeprake. Wegen Fenster. Nein. Nein. Also das mit Fenster ist auch dumm. Da kann man auch gleich... Hier hinter diesem... Äh, ich markier die ganze Zeit die Tür. Nochmal Sheeprake. Ah! Der ist hier irgendwo einer. Der ist rausgejumpt hier vorne. Sheeprake, Sheeprake, Sheeprake. Absolut. Nix, nix, nix. Niemand tut was. Hä? Oder hab ich den jetzt eigentlich hier gefühlt? Ich krieg von hinten hinten. Okay, die Rock. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Tigger, was ist gerade passiert? Die Rock kriegt von hinten. Sheeprake, der 4D-Wähler. Links ums Eck hier. Genau da. Ja. Die Rock kriegt von hinten. Die Rock kriegt von hinten. Ich krieg von hinten, ich krieg von hinten. Alter, das ist jetzt mal nicht. Sheeprake bei mir nochmal. Habt ihr meinen Cross? Äh, gerade nicht. Sofort. 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 I got you back. Ich hab den Stun geworfen. Ich bin zu Phil. Nein, er snipet da. Er snipet genau in der Lupe, glaub ich. Bist du gestunt, Wähler? Ne, ne? Ich bin tot. Nein, 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 bist du nicht. Ich hab keine Platten mehr. Der Cross, glaub ich. Einer Cross, ja, hier. Okay, easy. Er ist immer noch bei mir im Haus. Ey, er ist hier drin. Das ist dann noch ein anderer hier von hinten. Knock. Er ist hier in der Scheune, er ist in der Scheune. In welcher? Mark hier mal. Äh, da. Live-Marker sogar. Chill-Break, knock. Weg. Hinter mir ist einer, hinter mir ist einer. Er ist da drin, er ist One-Shot absolut. Doppel-Nade, nix getroffen. Safe hinten raus. Ganz stark, hab ich. Nice, stark. Nice. Ein Vierer-Team ist genau hier. Ich C an. Ja, das ist das Team. Ah, okay, okay. Habt ihr hier alle? Habe ich meine Kids gepackt? Ich glaube, ja. Nein, einer hatte hier bei mir selbst. Oh mein Gott. Hast du den hier drin? Ja, ich wusste es nämlich. Oh mein Gott. Ein Vierer-Team. Vier gegen vier. Vier gegen vier. Vier gegen vier. Die kommen vom Körper. Hast du noch Platten, Phil? Ja, ja, hab ich. Ja, einer ist hinter dem Rock. Einer ist hinter dem Rock. Verstanden. Ich bin noch hier. Brauchst du noch mehr? Oh mein Gott. Nee, ich hab zwei jetzt. Ähm, maybe sollten wir jetzt schon ein bisschen... Ah, nee, wait. Ich bin der, der keinen Geist hat, ne? Ich glaub, einer war im Drop grade. Ungefähr. Ich hab noch ein Cluster. Was hast du denn gebrauchen? Ach so, Muni-Kiste. Ich hab ne Muni-Kiste. Hab ein Shield-Hit. Eigentlich wäre das Blick gleich noch mal zum Shoppen. Ein Prezion, oder? Hab ein Shield-Hit. Genau da, wo ich markiere. Genau da, wo ich markiere. Da sind jetzt zwei mindestens. Drei sogar, glaub ich. Oder wo? Genau da, bei dem Rock halt. Oh mein Gott, als ob der nicht drauf war. Hat der Prezision gesetzt? Ja, aber ich glaub der war shit, der Prezision. Einer knock. Ich mach da Cluster jetzt hin. Ziel markiert. Draufhalten. Die Move nach links weg. Shielded. Sind wir da im Drop da hinten? Habt ihr eigentlich, oder? Er lag da unten. Er lag am... Ich dachte... Ich glaub letzter. Ein Gegner. Ein Gegner. Ja, ja. Ja, ja. Äh... Nice. G-G's. 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 das lied von ihr das meinte ich gar nicht ich habe den high carry gemacht mit der runde danke 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 danke